Hallo Freunde der explodierten und jetzt an der Wand langsam runterrutschenden Gelbsucht. Hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hier bei mir und meinem sauber gewischten und durchgefegten Springfield, Wild West Springfield. Mittlerweile, ich habe meinen Wild West Part ja so ein kleines bisschen erweitert. Habe ihn ja umgebaut, habe ihn etwas vergrößert, damit ich die Finalen, den Stall und die Prinzessin, irgendwie, die ist im ersten Akt, im zweiten Akt, Entschuldigung, im zweiten Akt als finale Gebäude gegeben hat, damit ich die... Ah, ist schon fertig. Ist schon fertig. Lass uns nochmal hier raus. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich weiß. Ihr seid alle ganz wichtig und ganz geschäftig und seid alle hier nur für mich zu haben. Hallo, Pferd? Du machst gar nichts, wenn ich dich anklick. Was ist das für ein Scheiß? Sieh mal, Milhouse. Ein Stall. Lass uns einbrechen und nachsehen, ob es da eins dieser sprechenden Babeschweinchen gibt. Ähm. Na gut. Was sollen wir denn mit einem Babeschweinchen Schafhüte- Schafhüte-Wettbewerbe gewinnen. Dummkopf. Wie wir es uns immer erträumt haben. Habt ihr das? Na gut. Ich hab alles gemacht. Ich muss jetzt nur noch warten, das Gehege einbrechen lassen. Vier Stunden. Das heißt, ich kann ihn hier nicht mehr Picken generieren lassen. Gehege und Prinzessin beendet. Nimm deine Belohnung. Willst du mir drohen, oder was? Nimm deine Belohnung. Sonst was? Ich glaub, was geht los. Da ist doch, hat schon immer irgendeiner versteckt. Aha. Aha. Ja, ich weiß, hier ist schon wieder so ein Superschurke unterwegs. Ich hab den vorhin schon gesucht. Ich hab alles ausgeklickt. Also wegge... Außer Diener natürlich. Aber ich hab ihn trotzdem nicht finden können. Ich kann mal gucken. Vielleicht gebe ich ihm nochmal eine Chance und gehe nochmal eine Runde. Sammeln mit der Beauty-Stellen. Ach, jetzt kann ich doch wieder. Darauf hab ich ja gestern schon gewartet, eigentlich. Auf die Möglichkeit... Oh, 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 oh. Ich hab extra vorbereitet. Ich hoffe, ich hab mich schon zu viele jetzt gesammelt. Ach, geht ja gar nicht. Nee, hehehe. Ja, ich will ja sehen hier. Ich will ja, dass ihr Zeugen seid, wie ich schon wieder Donuts abgreife. Drei Donuts für meine harte Arbeit. Ja, die muss ich gleich mal fressen, die scheiß Dinge. Vier Kilo zunehmen. Nur vom Angucken. Ist ja wahrscheinlich schon... Keine Ahnung. Und was jetzt? Jetzt kann ich nichts mehr machen. Jetzt muss ich noch 16 Stunden, 58 Minuten und 25 Sekunden warten. Aber dann geht's auch schon in den dritten Akt. Okay, krieg ich jetzt hier nichts gezeigt. Oh, es gibt einen Skinner. Ja, hol. Achso, halt, stopp. Da stand doch eben schon was. Nee, 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 nee. Da stand doch eben schon was. Und ich da hin bin hier. Neue Preise werden am 17. Mai. Was haben wir denn? Fast jetzt schon die Aufnahmen wieder zerschossen. Ja, hier die Leiste hier unten, die schwarze Leiste hier unten, wo der Home-Button und der Zurück-Button und sowas ist. Wenn ich da mit der Maus drüber gehe, dann tauchen da neue, dann poppen da neue Buttons auf. Und dadurch wird die Auflösung von dem Bild kleiner gemacht und dadurch springt mein Aufnahmeprogramm um, stoppt die Aufnahme, startet sie in der neuen Auflösung erneut. Und wenn ich mit der Maus wieder weg bin aus diesem schwarzen Bereich da unten, verschwinden diese zusätzlichen Buttons wieder. Das heißt, die Auflösung ändert sich dann wieder zurück in das Ursprüngliche, so wie sie jetzt auch ist. Das wiederum heißt dann aber, dass mein Aufnahmeprogramm dann die Aufnahme auch wieder stoppt und auch wieder in der neuen Aufnahme, in der neuen Auflösung startet. Und deswegen muss ich immer aufpassen. Ich bin das natürlich gewohnt, wenn ich zum Beispiel wissen will, wie viel Uhr es ist oder wenn ich wissen will, was für ein Datum wir haben, so wie jetzt eben gerade. Bleib doch mal, Mensch, das Kinder laufen wenigstens mal geradeaus, du Runkelrübe. Wenn ich wissen will, wie viel Uhr es ist oder was für ein Datum wir haben, dann bin ich natürlich gewohnt, ich gehe mit der Maus einfach nach unten und lasse meine Taskleiste hochfahren. Ich habe die so eingestellt, dass die automatisch ausgeblendet wird, dass ich die einblenden kann, indem ich schnauze. Indem ich mit der Maus da drüber, wenn ich mit der Maus ganz unten an den Bildschirmrand gehe, dann fährt meine Taskleiste so hoch, damit die mich nicht stört, damit ich einen größeren Bildschirm quasi zur Verfügung habe oder einen größeren Teil vom Bildschirm nutzen kann. Deswegen bin ich das gewohnt und sobald ich dann da unten hingehe, dann zerklopft es mir jedes Mal die Aufnahme und deswegen labere ich jetzt schon wieder die ganze Zeit Zeug, das ihr entweder gar nicht versteht oder es euch sehr wahrscheinlich nicht interessiert. Oder vielleicht sogar beides, wenn ich Pech habe. Wenn ich Pech habe, versteht ihr gar nicht, wovon ich hier rede und es interessiert euch einen feuchten Furz. Aber, naja. Ich arbeite mich hier nur quasi wieder so langsam, aber sicher. Ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller und ein bisschen deutlicher und ein bisschen... So, und so noch. Dann mache ich mal hier eins, zwei. Oh, noch ein Pimmelpiet dazu, wie gemein. Hallo? Hier unten ist sonst keiner mehr? Das, was jetzt hier aus dem Krusty Burger rausgepoppt ist, das fand ich irgendwie... Das war seltsam. Das war wenig. Eins, zwei, drei. So, hier, da, 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 da ist noch einer, da hinten ist noch einer. Und, und, und... Ich glaube, ich glaube, ich habe alle erwischt. Ich glaube, ich habe sie alle erwischt. Was mir jetzt aber noch fehlt, ich weiß das noch von vorhin, ich habe sie jetzt vorhin extra nicht aufgenommen. Das ist meine kleine Lisa. Lisa hat mir noch was zu sagen, sehr wahrscheinlich zu ihrem, zu ihrer geliebten Prinzessin. Das haben mir jetzt schon zwei Leute in die Kommentare geschrieben, was es mit Prinzessin auf sich hat. Ich habe es auch extra nochmal gegoogelt. Prinzessin ist ein Pferd, das Homer für Lisa von dem Ponyhof gekauft hat, für 5000 Dollar. Damit sie ihn wieder liebt. Oder ihn wieder mehr mag. Aber weil der Unterhalt von dem Pferd so teuer gewesen ist, 560 Dollar, glaube ich, im Monat, hat Homer sich halb tot geschuftet. Unter anderem wohl auch bei Apu. Und als Lisa das rausgefunden hat, hat sie sich schweren Herzens da wieder von Prinzessin getrennt und hat sie wieder zurück zum Ponyhof gebracht oder bringen lassen. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was uns die süße kleine Lisa hier zu sagen hat dazu. Oh, Prinzessin, ich wusste gar nicht, wie sehr ich es vermisst habe, auf deinem schönen Rücken zu reiten. Ich könnte ewig auf die reiten. Hattest du nicht letztes Mal noch eine Diskussion mit Homer darüber, dass es quasi ethisch nicht vertretbar sei, ein Pferd dazu zu zwingen, Menschen durch die Gegend zu tragen? Da war doch irgendwas, oder? Irre ich mich da etwa? Eigentlich doch nicht. Lisa Simpson, Weltklasse-Heuchlerin. Ja, so einen ähnlichen Gedanken hatte ich ja auch gerade. Ich hätte es jetzt nicht ganz so primitiv ausgedrückt und so lieblos, aber naja. Warum? Nur weil ich sagte, niemand soll auf einem Pferd reiten und mich dann sofort umdrehte und das selbst tat? Ja, Lisa, das ist das, was man im Allgemeinen unter Heucheln versteht. Okay, ich gebe es zu, ich bin unaufrichtig. Aber sie ist so süß. Ich bereue nichts. Ja, du nicht, aber das arme Pferd vielleicht schon. Hey, ich bin froh, dass du eine Heuchlerin bist. Heuchler sind viel glücklicher, sie können tun, was sie wollen. Naja. Naja, furchtbar, wenn ich sehen müsste, wie meine geliebte Tochter das, was sie predigt, in die Tat umsetzen würde. Aha. Das ist doch kein Leben. Ich bin stolz auf meine schamlose, kleine Heuchlerin. Hoch, liebe Lisa. Lass Homer bei Mo herumprahlen. Aha. Naja gut, eigentlich ist es ja nicht so schlimm, weil eigentlich kann ich ja Lisa auf Facelook... Facelook... Ist das nicht Spring Face? Oder Springbook oder sowas? Jetzt heißt es Facelook. Ist das nicht anders früher? Das ist Springfield Facebook. Ja, YouTube heißt ja Viewtube. Und Facebook hieß anders. Ich glaube Springbook oder so. Ich weiß es nicht mehr. Mist. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn du es noch wisst. Oder falls ich mich irre, dürft ihr es mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Kein Thema. Aber Facelook ist neu, glaube ich. Das kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich es schon mal gehört habe. Hey, everybody. Dann... Ja, ich habe bei sonst jetzt hier eigentlich nichts mehr zu tun. Ja doch, ich könnte jetzt natürlich noch mal schnell meine übrig gebliebenen... Nochmal... Ich war jetzt gerade am überlegen, nehme ich... Weil ich brauche natürlich auch die Yoga-Matten. Aber die Donuts kann ich natürlich auch gut gebrauchen. Die Donuts kann ich natürlich auch gut gebrauchen. Aber was bräuchte ich überhaupt an... Hier geht erstmal sowieso nichts mehr weiter. Aber Waffen. Waffen wären ganz angesagt. Dann würde ich sagen... Ach, guck mal. Könnte gar nicht. Apo an einer neuen Thesearbeit. Ach so, der Apo ist schon... Oh. Ich habe schon wieder mehr geschickt, als ich eigentlich hätte machen sollen. So, was haben wir denn hier? Badendes Gehege einbrechen. Da ist alles unterwegs. Das haben wir Deputy-Sterne. Ja, dafür braucht ihr da noch ein bisschen. Ja, dann fehlt nur noch hier... Die Stadt ist nicht groß genug. Wie war das? Ein großer, böser Bandit ist auf freiem Fuß. Tippe ihn an. Ja. Ich mache das mal so. Ich werde es jetzt nochmal versuchen. Ich schalte wieder alles aus und gehe ihn mal suchen. Und ihr habt ja in der Zeit einfach ein bisschen Mucke. Oh, da ist sie ja schon. Das wie ich aber schnell jetzt hier. Gotta run. So run, go and run, blinky, winky, tinky, dinky, doodle. Jetzt lauf bloß in die andere Richtung. Ach, du bist doch ein Sackgesicht. Ehrlich. Wie soll ich dich denn hier anständig? Ah. Nee, das gefällt mir so auch noch nicht. Ich will ihn ja. Ich will das ja bei Großaufnahme haben, wie er so schön den Beton küsst. Den Fußboden. Ja, 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 ja. Mua, na toll. Scheiße. Das. Ernsthaft? Jetzt warten wir meine Eventwährung im Weg. Das ist doch zu... Na ja, ich sag's jetzt nicht. Gut, aber ging jetzt relativ flott und relativ flunk. Flunk. Flux. Flux. Von daher würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal von euch. Dann soll es das nämlich schon wieder gewesen sein von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Wie? E-Nik zum Beispiel. Auch wenn ich euch aktuell langsam mache, dann funktioniert das auch mit dem deutlichen Aussprechen. Auch wenn ich euch aktuell nicht in meine Nachbarschaft aufnehmen kann, weil meine Liste voll ist. Gibt's immer noch genug Leute, die meine Videos sehen und auch auf der Suche sind immer nach Nachbarn. Die werden euch dann schon in ihre Nachbarschaft aufnehmen. Darüber hinaus gibt's demnächst bald mal wieder... Ich muss das unbedingt erstmal machen. Ich sag das zwar jedes Mal in der letzten Zeit schon wieder, aber ich vergesse es dann doch immer wieder, weil immer wieder was anderes dazwischen kommt. Ich muss mal wieder eins von meinen YouTube-Specials machen und vorher nochmal ein bisschen aufräumen. Ich kicke ja alle Leute, die sich zwei Wochen oder länger nicht in Springfield eingeloggt haben. Die werden aus meiner Liste wieder rausgetreten, um Platz zu schaffen eben für andere. Das wird jetzt hier schon wieder nicht angezeigt, aber das letzte Mal geguckt haben, waren es glaube ich 20 oder 23 Anfragen, die ich hier habe. Von daher, das wäre unfair den Leuten gegenüber, wenn sie nicht auch mal irgendwie die Chance hätten, in meine Nachbarschaft reinzukommen. Und sich dann da auch zu behaupten, ist ja gar kein Thema. Ich gucke mal hier nochmal schnell. Oh, sogar die dritte Maggie. Cool, dann mach ich ja hier gerade noch die dritte Maggie. Ich musste sie letztens echt suchen. Die kleine, kleine, fiese, die versteckt sich nämlich nicht nur auf Häusern, auf Wohnhäusern. Ich habe sie ausgerechnet... Ah, nein, nein. Wollte ich euch sagen, ich zeige euch gleich mal, wo ich sie gefunden habe. Hätte ich nie gedacht. Also abgesehen davon, dass es glaube ich das erste Mal überhaupt war, dass... Ich glaube gar nicht so trocken. Gut, dann klicke ich da, wo die Maus ist. Wie gemein! Und wieder sind die drei Donuts hier drüben. Das ist jetzt das sechste Mal von fünf, dass die hier... Nee, es ist das vierte Mal von fünf. Das sechste Mal von fünf geht auch schwer. Ich wollte eigentlich sagen, das fünfte Mal von sechs. Das ist das vierte Mal von fünf, dass die hier drüben sind, nacheinander. Das letzte Mal waren sie, glaube ich... Ich weiß gar nicht mehr, wo. So, da habe ich das erste Mal... Genau, dann müssen sie wohl hier gewesen sein. Aber ansonsten davor war oft... Hier war die Eins. Oder ein Donut, der eine Donut. Und hier waren dann die drei. Wurscht, sind nochmal drei Donuts mehr. Und ich zeige euch jetzt zum Abschluss quasi noch, wo ich Maggie denn das letzte Mal gefunden habe. In einem Gebäude, in dem ich ein kleines Baby nicht sehen möchte. Kleine Babys haben da nichts verloren. Da! Auf Moos Taverna hat sie drauf gelegen. Oben drauf. Gut, das muss ich euch noch nachliefern. Zehn Donuts. Applaus für mich. Den Donut-Abgreifer. Gut, so viel von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.